Für den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky könnte der Krieg mit Russland seinem Ende entgegengehen. Diese Aussage machte er während eines Interviews mit Rai 1. Wir sind näher am Ende des Krieges, sagte der Führer von Kiew und betonte die Bedeutung von Treffen, die dem Wiederaufbau gewidmet sind, nachdem er zuvor ein persönliches Treffen mit Premierministerin Georgia Meloni beendet hatte. In diesem Zusammenhang äußerte Zelensky, dass er einen Plan habe, den er den beiden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris sowie dem aktuellen Präsidenten Joe Biden vorlegen wird. Ich habe einen Plan vorbereitet und möchte ihn mit dem aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten teilen, da einige Punkte von Amerika abhängen. Ich hoffe, die Gelegenheit zu haben, diesen Plan Biden und den Präsidentschaftskandidaten Harris und Trump zu zeigen. und ihr Feedback zu erhalten. Wir wollen Garantien, erklärte Zelensky. Der Präsident der Ukraine betonte die Bedeutung, dass Russland die ersten Schritte unternimmt und nicht nach territorialer Annexion strebt. Wir können Ultimaten nicht akzeptieren, die 30 Prozent unseres Territoriums und unseres Volkes fordern und die Massaker vergeben. Er ist es, der den Krieg begonnen hat, und er ist es, der die ersten Schritte unternehmen muss. Er muss die Bombardierungen stoppen und der Welt zeigen, dass er den Krieg beenden will. Egal wie er dieses Ende sieht, sagte Zelensky in Bezug auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin.